Neue Technologien revolutionieren die Gesellschaft. Sie können aber auch ein Störfaktor sein, zumindest bis wir die Risiken unter Kontrolle haben. Dafür macht TÜV Süd sich stark, seit über 150 Jahren. Bis dato haben wir vier große technologische Revolutionen erlebt. Die erste war angetrieben von Dampf. Als Folge einer verheerenden Explosion haben sich 22 Dampfkesselbesitzer zusammengetan und 1866 in Mannheim die Gesellschaft zur Überwachung und Versicherung von Dampfkesseln gegründet. Einer der ersten Zusammenschlüsse seiner Art weltweit. Das Modell machte Schule und dank der Pionierarbeit unserer visionären Gründer hat sich um die Kernidee herum eine internationale Branche entwickelt. Dieser Verbund, der sich dafür einsetzte, die Sicherheit zu erhöhen und das Vertrauen der Menschen in die Dampftechnologie zu stärken, war der Vorläufer der heutigen TÜV Süd AG. Später erfolgte die Umbenennung der mittlerweile in ganz Deutschland etablierten Dampfkessel-Revisionsvereine in Technischer Überwachungsverein. Die Abkürzung hierfür lautet TÜV. Treiber der zweiten technologischen Revolution waren Motoren und die Elektrizität. Gesellschaft und Handel entwickelten sich weiter und mit ihnen die Kompetenz der technischen Überwachungsvereine. Um die Jahrhundertwende haben wir unser Tätigkeitsfeld auf die Bereiche Elektrotechnik, Aufzüge und technische Anlagen ausgedehnt. Ab 1906 führten wir erstmals wiederkehrende technische Prüfungen an Fahrzeugen durch. Das Summen der Computer kündigte die dritte technologische Revolution an. Mit der Fähigkeit, Informationen als Abfolge von Einsen und Nullen um die Welt zu schicken, nahm das Informationszeitalter seinen Lauf. Die Weichen für die Globalisierung wurden gestellt. TÜV Süd unterzeichnete in den 1960er Jahren die ersten internationalen Verträge. Angesichts der neuen globalen Anforderungen haben wir unseren Servicekatalog erweitert, Handel den Weg zu ebnen, durch die grenzüberschreitende Qualitätssicherung von Gütern sowie als Aufsichtsinstanz in verschiedenen Märkten. In den letzten Jahrzehnten haben wir unsere weltweite Expansion weiter vorangetrieben und uns zusätzliche Kompetenzfelder erschlossen. Energie, Managementsysteme, Konsumgüter, Lebensmittel, Medizintechnik, Immobilien- und Facility Management, Infrastruktur und vieles mehr. In den 1990ern schlossen sich die TÜV-Gesellschaften der süddeutschen Bundesländer unter dem Namen TÜV Süd zusammen. Heute stehen wir nun am Beginn der vierten technologischen Revolution, der Industrie 4.0. Smarte Fabriken, intelligente Software und selbststeuernde Fahrzeuge versprechen mehr Produktivität und Effizienz denn je. Dieses Potenzial lässt sich jedoch nur ausschöpfen, wenn die Menschen Vertrauen in neue Technologien haben. Dieses Vertrauen zu stärken, ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Eine Aufgabe, die wir wie kein zweites Unternehmen erfüllen können, indem wir unser Ziel, die Welt sicherer zu machen, weiterhin aktiv verfolgen. Mit zukunftsorientierten Premiumlösungen für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.